Der Antichrist ist ja in sich geschlossen ein abstraktes Werk. Einmal weil die Musik sehr viele Nicht-Gesangsteile hat und weil es dort eigentlich im Libretto kommt, bis gar keine Narration gibt und keine Interaktion zwischen Figuren. Und die Texte sehr symbolhaft und verrätselt sind. Das heißt, man hat erstmal keine Oper, die man durch inszenieren kann, sondern man muss da tatsächlich was erfinden führen. Was ich da versucht habe zu tun, ist die Ernsthaftigkeit des Librettos, beziehungsweise der Geschichte, die dahinter stecken soll, die ja auch nur als Regieanweisung vorkommt, also auch nicht mal im Libretto verankert ist, nämlich dass ein Antichrist auf die Welt kommt und am Ende von einem Engel mit einem Strahl, mit einem Blitz von der Erde wieder verbannt wird und dann quasi die Erlösung beschworen wird, in einen Kontext zu überführen, wo ich sage, ich gehe von einer simulierten Welt aus, also nicht von einer echten Welt und auch nicht von einem echten Antichristen, sondern von einem Setting. So, das ist der Überbau und deswegen habe ich für mich einen Raum entschieden, der aus dem Film von Christopher Nolans Inception inspiriert ist, wo ja auch bestimmte Welten künstlich erschaffen werden, innerhalb dessen aber Realität gelebt wird. Das heißt, da vermischt sich die Realität mit einer fiktiven Welt und deswegen habe ich einen Raum gebaut, wo sich die Stadt krümmt, wo ein Taxi vom Himmel fällt, wo eine Figur vom Himmel runterfährt, die ein Simulationsraum sein soll, aber trotzdem für die Figuren, die sich innerhalb dessen bewegen, Realität bedeutet. Ja, ich verstehe auch gar nicht, warum man im Theater oder vor allem in der Oper auch mit Naturalismus hantieren möchte, was ja völlig abwegig ist, weil die Oper ist in künstlicher Form und die kann gar nicht natürlich sein. Wenn ich in die Oper gehe oder ins Theater gehe, dann möchte ich vor allem in meinem Alltag beraubt werden und nicht mit meinem Alltag konfrontiert werden. Ich möchte in einen Raum gehen, der mir eine Möglichkeit bietet, in eine Künstlichkeit zu kommen. Es gibt keine Authentizität auf der Bühne, das ist Quatsch. Immer wenn ich auf der Bühne, es gibt auch keine Privatheit auf der Bühne. Wenn ich auf der Bühne trete, trete ich in einen öffentlichen Raum, dann bin ich nicht privat. Und es gibt halt auch keine Echtheit des Menschen, nur dadurch, dass ich ihn nackt auf die Bühne stelle. Dadurch wird er nicht echter. Der Mensch kann auch in einem Ganzkörper-Trikot näher an der Echtheit dran sein, als wenn ich nackt auf der Bühne stehe. Und ungeheuer wundersam, wie ihn Baal dann liebte, als Baal kam. Bist du Dreck, du Lumpenhaufen Sonne, frisst du weg in eklatier. Ich habe jetzt in mehreren Arbeiten Menschen, vor allem Schauspieler, mit denen ich arbeite, vergrößert und übergrößert und realistisch abgebaut. Weil für mich ist das natürlich auch spannend, wenn man arbeitet mit den Persönlichkeiten. Und gleichzeitig gehe ich an meine Künstlichkeit. Dass man sagt, hier habt ihr den Menschen. Aber ich überhöhe ihn auf der Bühne, damit er halt trotzdem in seiner Natürlichkeit beraubt wird. Ich bin ein Haasser, pur in Träger aller Streit.